Fotoblitz.ch App-Icon auf dem Homescreen Da die Webseite Fotoblitz.ch vollkommen responsiv ist und keine App benötigt, könnt ihr die Seite mit einem Trick dem Homescreen als App-Icon hinzufügen und sie wie eine App öffnen. Und so geht es. Öffnet in Safari die Webseite Fotoblitz.ch Es ist sinnvoll, die Startseite der Webseite zu öffnen und keine Unterseite, weil sonst bei jedem Tippen auf das erstellte Icon genau diese Unterseite geöffnet wird. Tippt unten auf den Teilen-Button, das ist das Viereck mit dem nach oben zeigenden Pfeil und wählt im sich öffnenden Fenster zum Home-Bildschirm. In der folgenden Ansicht habt ihr die Möglichkeit, den Titel eures Icons zu verändern. Standardmässig wird Fotoblitz.ch als Titel verwendet. Tippt anschließend rechts oben auf Hinzufügen. Das Icon ist nun auf dem Homescreen. Tippt ihr das Icon an, öffnet Safari und lädt die Webseite.